Es geht heute nicht nur um die hier und zwar alle zusammen machen wir jetzt ein gemeinsames Nasilettenkonzert. Ich singe mit der Nasilette vor, vielleicht könnt ihr einsteigen mit dem Text mal gucken ob ihr wisst was ich meine für einen Song und dann geht es richtig ab. Seid ihr bereit, liebes Publikum? Make some noise! Und lauter! Ey, das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht, die ganze! Ey, das geht ab! Dankeschön! Die Meini Machos! Ich liebe dich! Ich liebe dich, Joko. Ich liebe dich. Taktgefühle im zwischenmenschlichen Verständnis hat hier keiner. Wie sieht es aber musikalisch aus? Kategorie 2 heißt Gemischtes Takt! Die Meini Machos bereiten sich wochenlang auf eine Staffel vor. Sie spielen an die 80 verschiedenen Lieder in nur einer einzigen Staffel und für das nächste Musikquiz durften sie sich ausnahmsweise ein bisschen weniger Arbeit machen. Aus Effizienzgründen haben sie nicht das ganze Lied einstudiert, sondern nur einen Takt aus den gesuchten Songs. Immer wenn dieser Takt nun im Song auftaucht, wird er von jeweils einem Bandmitglied gespielt. Da viele Songs Wiederholungen enthalten, kann das auch mehrmals vorkommen. Und wenn ihr glaubt, den Song erkannt zu haben, buzzert, ja? Ich brauche von euch den Titel des Songs. Habt ihr das verstanden? Ich glaube schon, aber ich stelle es mir unendlich schwierig vor. Ja, nur einen Takt ist halt sehr wenig für einen Song. Aber die machen das, ey, das ist einfach mal die coolste Band der Welt und ihr könnt denen auch vertrauen. Wenn jemand das kann, dann sind das die Mighty Machos. Ja, wir können ja auch mal, wir können ja einfach mal... Wir können ja auch... Ich muss die Nasenflöte irgendwann weglegen, sonst wird es ganz schlimm heute Abend. Wir können ja einfach mal mit dem ersten Song anfangen. Genießt einfach diese tolle Band. Musik Wow! Entschuldigung, sie hat schon den Anfang gesagt Fuck und ich sage You. Also Fuck hat sie aber, glaube ich, gesagt weil ich gebuzzert habe. Ja, aber du hast recht. Joko, das ist richtig. Musik I see you driving round town with the girl I know I'm like, fuck you, whoo, whoo, whoo I guess no change in my pocket, I wasn't enough I'm like, fuck you Fuck you! Wir machen mal weiter, wir machen den nächsten Song. Hier kommt der nächste Song, welchen Song suchen wir? Oh, fuck! Was ist denn mit dir los, Joko? Hä? Darf ich euch, wir haben uns heute was Schönes überlegt, den Buzzer vorstellen, den neuen Buzzer von Joko Dieterscheid und wir haben dir da aus deinem verlorenen Finale alles mögliche reingeschnitten, ausdrücken, hau noch mal drauf, hau noch mal drauf! Oh mein Gott! Hau noch mal drauf, bitte! Ich vergesse den Song gleich! Hau noch mal drauf! Hau noch mal drauf! Ah, ich hab den Song vergessen! Hau noch mal drauf! Ich hab den Song vergessen! Okay, wie heißt der Song, welchen Song suchen wir? Ach, ihr Schweine, ich hab den Song vergessen! Gutes Buzzer Material für die nächste Folge! Lachen! Lachen!